so meine freunde bastelkeller ja es geht wieder weiter so meine freunde also ihr hattet ja das gehäuse gesehen das steht ja da hinten noch also und da wollen wir natürlich jetzt was einsätze das bord habt ihr auch gesehen habe ich auch vorgestellt wer das nicht gesehen hat schaut mal unter meinen letzten videos und ja ich habe auch was gefunden was ich eigentlich nicht gedacht hätte und zwar er kennt doch diese brackets die ich schon jetzt öfters vorgestellt habe beim 1700 sockel und die habe ich jetzt auch für abend 5 gefunden das heißt damit würde ich mal die klammer brauchen ja viele kennen dass wir mittlerweile alles sind so bricke damit sich entweder wocht oder dieses pcb von der cpu nicht verbiegen da ist also schon mal so ein phänomen gewesen dass also sich da die box oder cpu ich habe das auch mal gezeigt im test sogar schon zweimal viele viele kanäle haben es gezeigt dass es also wirklich so ist und jetzt haben das auch hierfür abend fünf ja und da habe ich mir gedacht dann bestelle ich das mal und dann machen wir das hier auf dem bord auch direkt zu nutze und machen dieses bracket für abend fünf natürlich auch hier drauf ich finde das nämlich super da ist alles geschützt ja da kann auch von der wärmeleitpaste je nachdem man nichts runter laufen oder weiß ich ja viele haben ja manchmal bords aussehen ja also wie gesagt bei mir ist das am anfang auch mal passiert weil ich auch zu viel drauf gemacht habe muss ich zugeben aber mittlerweile wirklich gar nicht mehr und die kennt ja meine auftragsweise mittlerweile aber trotzdem habe ich mir das bricke mal kommen lassen und habe gedacht wenn ich komme ich baue das einfach mal auf und für warum denn nicht ja jetzt braucht jetzt habe ich gerade nur ein fehler gemacht was das gerade ein fehler hat das letzte wo ich mir das wort hier ausgesucht habe da habe ich ganz vergessen dass ich hier unten drei m2 habe ja und die hier leider nicht drauf passen ja natürlich ärgerlich aber ich gucken ich habe euch ja auch diesen adapter vorgestellt wo man mit klonen kann von als der power der käme mir jetzt praktisch dann schon gelegen da könnte ich sagen okay das sind ja auch nur träger die zwei für meine videos und für für bilder und so weiter ja da kann ich natürlich dann sagen wenn ich an die daten dran muss kann ich die einstecken ja und ansonsten muss die auch gar nicht immer mit laufen also wichtig ist natürlich jetzt als erstes würde ich dann würde ich dann jetzt die cpu aufsetzen das heißt also ich mache hier auch schon mal alle vier regel auf ich mache immer alle auf dann brauche ich keine angst zu haben dass ich ein vergessen habe und nachher die rams reinzustecken die dann noch offen sind kann man dann zu machen genau wie hier bei der grafikkarte immer direkt auf machen ja sonst kriegst die grafikkarte nämlich nicht rein also aufmachen naja reinstecken geht dann wirklich viel einfacher und jetzt machen wir erstmal hier die brackets ab diese kunststoff brackets wir sind ja bei amd immer noch drauf ja viele haben die dann irgendwann verloren und suchen die dann irgendwann ja da gibt es schon viele bocht zu kaufen da fehlt denen dann hier dieses bracket kann man aber nachkaufen ist auch kein problem da haben wir das schon runter und jetzt machen wir praktisch dann hier auch diese ganze klammer hier runter und da brauche ich nämlich auch nicht an dem plastikteil normalerweise mache ich immer erst lieber die cpu rein aber ich würde sagen wir machen jetzt weil es ja ziemlich neu ist einfach jetzt hier das bracket runter und da ist ja hier auch wenn ihr sonst bestellt da ist da hier hinten so ein im bus schlüssel dabei also da ist alles dabei was er braucht sind noch die schrauben dabei viele sagen dann ja man kann doch die schrauben nehmen die auf dem bord sind ja hier ja nicht darum hätte man sonst hätte man hier die nicht dabei gelegt die sehen nämlich auch ein bisschen anders aus ja dass ihr das sehen könnt hier ein bisschen länger darum die nehmen die hier dabei sind ganz wichtig so dann drehen wir das ganze hier ab gucken ja die sind auch nicht sehr fest hier die schrauben ja jetzt machen wir die klammer auf das fängt gleich hier an geht was fliegen also die klammer hier ruhig auf machen schon mal also steht das hier ganze unter druck erst alle ein bisschen lösen und dann kann man die nach und nach so weit ausdrehen das merkt ihr müssten sie alle los sein da kann ich das ganze teil hier das ganze teil jetzt hier in der hand die ganze klammer mit abdeckung mit allem die schrauben bleiben ruhig so jetzt haben wir hier wieder ja wie es jetzt aussieht hier ich zeige euch da jetzt liegt hier unten die backfläche die muss natürlich wieder darauf wichtig dürfte nicht vergessen bei manchen sind die geklebt bei manchen nicht so jetzt gucken vielleicht ist das mittlerweile die beschriften früher war da genauso eine ecke und da wusste man bescheid also da so rum kommt die cpu gemerkt ist aber eigentlich auch wenn ihr nicht richtig drin sitzt so jetzt ist also hier oben auf den a1 habe ich jetzt den pfeil gemacht so und jetzt geht das nämlich wirklich sehr einfach indem man einfach hier das breche drüber legt ja und jetzt wirklich hier mit den schrauben die dabei sind schön angezogen und dann haben wir hier auch schon den anpressdruck der für die cpu gut ist so so auch hier ein bisschen rein drehen und nachher einfach über kreuz festziehen und wirklich nicht mit gewalt ihr habt gesehen ich habe die ganz leicht hier mit dem kleinen schlüsselchen losbekommen also die müssen jetzt hier nicht mit rachialer gewalt angezogen werden ja auch mal ganz wichtig ich wusste gar nicht dass es für abend fünf sowas gab also war ganz zufällig ich hatte für den bekannten für den 1700er gesucht wieder und ja dann fiel mir der augen abgedacht ob wir noch nicht gesehen wie ihr seht wie schön das jetzt aussieht ja also wie dich das hier ist da kannst du also wirklich wunderschön jetzt arbeiten hast die klammern nicht ganz so drumherum bis weg ja also ich finde das schon eine schöne sache war jetzt auch nicht teuer ich glaube also ich hab es bei amazon glaube ich acht euro waren es acht euro oder sechs euro sogar nur es war günstig ja und da habe ich gedacht für das geld kann man es bestellen so schnell hat man die cpu auf aufgesetzt wichtig die klammer verwahren falls mal irgendwie was sein sollte das schon schön verwahren das kommt naja hier oben meine box oder direkt hier in den karton mit damit rein da wo es hingehört naja brauche ich ja noch je nachdem die zubehör sachen jetzt können wir weitermachen jetzt können wir die m2 montieren die geht zum beispiel ganz lose hier die bleibt stecken hier seht ihr jetzt noch folie drauf machte die folie ab und dann wird die auch ein bisschen gekühlt so ups so natürlich auf platz 1 setze ich immer betriebssystem das betriebssystem drauf ist und jetzt haben wir ja mittlerweile hier diese diese klemmerschen na komm ich damit richtig dran noch mal ein gucken runter drücken da muss es einfach wieder so jetzt ist sie fest ja ich zeige euch das mal hier mit dem neuen klemmerschen da müsste also nicht immer die schraube lösen dass hier diese kleine diese kleine klammer hier wieder die da einfach nach vorne drehen und dann kann man die rausnehmen so ist sie jetzt fest so dann machen wir das wieder drauf so jetzt mal gucken welche festplatte jetzt aufkommt das fest wunderbar so auch hier wieder das teil drauf so nahm wir die festplatten auch schon drauf so das haben wir auch das ist auch fertig ja da kommen wir den rahmen auch drauf setzen so rum ist besser so dann haben wir den rahmen auch schon drauf und somit haben wir das braucht schon eigentlich fertig eigentlich dazu schreiten dass wir ja das braucht schon mal einbauen wir können es jetzt auf der rückseite legen ja jetzt diesmal hinlegen und ihr könnt hier von der seite mit reingucken weil ein bord einbauen das können mittlerweile glaube ich die meisten wichtig ist dass ihr euch vorher auch die schrauben nimmt vom gehäuse das heißt die schrauben brauchen brauchen wir ja und hier bei mini bei m atx das sind glaube ich 12 36 stück kommen soll beschreiben so hier ist natürlich alles wieder in einem beutel müssen wir uns den ausschütten und gucken welches sind so ja könnten sie eigentlich immer in verschiedene tütchen und dann schön beschriften das wäre für einige so ein bisschen einfacher so jetzt gucke ich mal ob ich hier mit hinkomme die dreht durch so dann versuche ich mal die hier mit dem flachen kopf die haben doch ein anderes gewinne das fühlt sich gut an gehen auch fest dann müssten es die eigentlich sein jetzt gucken wir mal eins so eine mache ich denke schon mal fertig hier schraubendreher legen wir das bord mal rein das bord kommt ja hier so hin ja so mit der flotblende nach oben dafür stehen kurz auf gucken wir mal so da haben wir es schon gedacht das ist schon direkt eingerastet können sein so jetzt gucken wir mal da kommt eine sind noch nicht mal sechs schrauben sehr schön das bocht schon drin so ich stelle es doch mal hin so dann muss ich aber glaube ich jetzt wieder ein stück höher machen damit ihr das seht so bis zurück ja so ist ganz gut so können das gut sehen also da oben dann hier durch genau ja ja das schöne ist ja das gehäuse wird ja so liegen das ist das schöne das finde ich so absolut top ja so jetzt aber ich lasse es jetzt erstmal so hier machen wir auch andere lüfter drauf ich mache hier rgb lüfter drauf so wie gesagt jetzt könnten wir eigentlich schon mal soweit das netzteil einbauen oder sollen wir erst die wasserkühlung ich würde sagen wir machen gucken erstmal mit dem netzteil vielleicht hier ist der schacht ich glaube die könnte man auch nicht doch den kann man sogar auch das sind die frontanschlüsse ja hier sind auch so klemmerschöne so schön ja gar nicht gesehen ich glaube ich würde vorstellen hier rein jeder hier die klammern da kann man das kabel hier oben und hier da kann man das kabel hinterklammern ja auch gut auch nicht verkehrt so ja die anschlüsse könnten wir eigentlich schon genau genau dann müssen wir ja da durch so gucken wie ich da durchkomme was haben wir hier ach das ja ja dieser audio dieser tolle audioanschluss mit bunten schönen kabeln so der kommt hier oben ach da muss ich noch weiter höher da muss ich noch nach oben so so jetzt gucken wir mal wo ist der audio da so dann haben wir hier hier den frontpanel der kann jetzt hier durch frontpanel müsste der sein hier jetzt mal gucken so dann haben wir noch den usb 3 und den typ c die liegen ja hier unten das heißt der typ c den können wir auch dort direkt hier unten auch drin und der usb 3 der sitzt hier in der seite und da könnte ich direkt hier so hoch kommen ja und ich habe nicht nur eine lange grafikkarte hier hier merkt das bei dem usb 3 punkt ist ganz wirklich da sind schon so viele pinne krumm oder da habe ich schon so viel gesehen mittlerweile da müsste so ein bisschen aufpassen leicht da merkt da merkt ihr aha da geht und dann kann man drauf schieben so jetzt kann man das hier jetzt kann man das hier hinter stecken direkt wo war die klammer da das muss ich wirklich sagen mit der klammer hier mit den klammern ist tolle idee ja so ich zeig es euch mal gucken sonst hast du die immer hier irgendwo rum sauber schön hier alles ne und alles ist schon angeschlossen außer netzer ich glaube da mache ich noch gleich noch so ein schrumpfschlauch drum weil das gefällt mir mit den bunten kabeln ja nun ne nicht so schön ja guck ich gleich mal so kann ich aber dann auch noch machen äh da ist netzer man könnte jetzt die front abschrauben damit wir mit den kabeln glaube ich besser zurecht kommen aber hier ist eigentlich so viel platz hier an der seite komme ich schön dran ja so hier haben wir molex und sata hier haben wir cpu strom hier haben wir grafikkarte hier haben wir cpu strom genau mehr brauchen wir nicht so legen wir die kabel mal da durch ja und hier ist ja wichtig das habe ich euch gesagt ihr müsst erst dieses bracket anschrauben ja und dann können wir es erst reinschieben und festdrehen so am besten müssen wir wenn es ein bisschen höher liegt so dann können wir das bracket besser festschrauben und ich lasse das immer noch ein bisschen locker hier ja dann kann ich das besser jetzt hier an den haltern wieder festschrauben ich habe gedacht die wäre geschraubt gewesen die blende vorne die ist auch nur mit so nasenfest das gerade raus gekommen ja weil ich hier ein bisschen fester gedrückt hatte ja kann man die gabel erstmal hier raus genau dann können wir sie gleich doch besser verlegen so 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 jetzt kann ich das hier fest drehen und jetzt die schrauben an dem netzteil ich weiß gar nicht ob ich molex oder sata brauche bei der wasser kühlung nachher ich lege es mal hier an der seite so dann haben wir hier cpu cpu muss ja da oben jetzt gucke ich mal wie ich da am besten hinkomme ich glaube ich mache hier hinten schon mal mit dem kabel wenn da gewandert ist ja so beim gehäuse sind ja ein paar dabei so und hier sind auch schöne schläufchen wo man durch kann so einmal und das machen wir auch noch fest hier hier ist hm das ist der verkehrt worden oder wann hm das ist der verkehrt worden oder wann so so dann gucken wir mal wie es jetzt aussieht na dann drückt es ja noch ein bisschen jetzt grafikkarte die könnten auch schon einbauen glaube ich kann ich aber gucken wie kann ich schon beim besten rauskommen so dass es hier ich glaube hier Wir brauchen hier ein 8. Mal gut, dass ich hier so eine schöne kleine habe, das ist eine 6600er und XT von ASRock, die ist schön klein, die ist eigentlich auch für Mini-ITX gedacht und so weiter, ist eine schöne Karte, reicht für mich, ja, nicht jetzt für euch, je nachdem, ja, darum wichtig immer, für mich reicht es, so, dann müssen wir hier zwei, das Lotblenden abmachen, mal gut, dass immer alles nach unten fällt, so, So, da ist auch immer so ein kleiner Trick dabei, je nachdem, So, zack, so, immer leicht rein und dann geht es auch, so, jetzt ein bisschen anheben, So, einmal So, sehr schön, wunderbar, der guckt mal, wunderbar, so, jetzt stecken wir hier ein, ne, dann ist das sogar hier weg, So, da kann man auch die Blende, weil ich habe leider das Display nicht, So, jetzt hätte ich jetzt, hätte ich jetzt das reinmachen können und dann das Display, Ich habe aber auch da nicht, ja, doch, das Platz genug, doch, das Platz genug, So, das passt, so, ja, jetzt fehlt nur noch die Kühlung und dann sind wir eigentlich fertig, ne, sehr schön, So, und hier unten die Füße abschrauben, die Entdeckung dran machen, Da bin ich auch mal gespannt, wie es aussieht und wie das in diesen Halter hängt, Da bin ich auch mal gespannt nachher, ja, aber wir müssen auch noch Lüfter, So, muss ja auch noch hier die Lüfter, ja, hier kommen ja noch zwei schönen Lüfter drauf, So, machen wir dich schon mal hier ab, ne, ich könnte auch hier jetzt noch ein Lüfter draufsetzen, Vielleicht mache ich das sogar, ja, auch gut, ja, so ist es richtig, genau, so, einmal so, So, mal gucken, wo waren die Löcher, da, ich habe eigentlich auch noch gar nicht geguckt bei dem Board, Doch, zweimal USB, zweimal ARGB, die Lüfter kann ich verbinden, ja, müsste eigentlich auch alles passen, Ohne Adapter, das heißt, ich kann dann später alles übers Board steuern, die ARGB-Sache. So, jetzt kriege ich hier Luft rein, genau, ja, sehr gut, so, und wenn ich hier unten einmontiere, Dann kann der von hier unten, ist ja auch sehr viel Mächtern, Dann kann der die Lüfter ansaugen, So, meine Freunde, weiter geht's, ja, und zwar, die habe ich auch schon vorgestellt, Schaut mal auch da unter meinen Videos, das ist die Anamax, die neue Ligmax Flow, Das heißt, 360er Wasserkühlung, ja, die ist auch schon für AM5, für 1700er, ready, und so weiter, also, schaut mal unter den Videos, die habe ich da auch schon vorgestellt, und die soll jetzt hier reinkommen, und da gucken wir mal, ob das auch alles so passt, jetzt bin ich wirklich gespannt, so, Da ist das Nachfüllset, da ist sogar dieser Stecker dabei, Hier ist das ganze Mounted-Sack-Racket, und hier ist die Kühlung selber, Ja, und wie gesagt, die hatte ich auch angeschlossen, die ist unheimlich leise, Das heißt, also, beim Test habe ich die gar nicht gehört, Ja, so, also auch mal ganz wichtig, Ja, und, da bin ich echt gespannt, Wie die sich hier auf die CPU macht, So, das Heftchen, Auch ganz wichtig, So, jetzt können wir den Karton hier erstmal auf die Seite stellen, Das ist das gute Stück, ja, Und die hat auch einen dickeren Radiator, Jetzt bin ich mal echt, ich glaube, Dass das nicht passt, Ach, da wird zu wenig Platz sein, Ich glaube, da wird zu wenig Platz sein, Ich glaube, 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 Ja, das wird nicht funktionieren, Ich weiß nicht, wie weit ich hier rüber kann, Also, da muss ich da hin, Das wird mit den Lüftern ganz knapp werden, Ja, hei, 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 Da habe ich nicht drüber nachgedacht, Die wird nicht passen, Weil der Radiator so dick ist, Der ist dicker wie 30, Der ist bestimmt, Ja, der ist 40, 40 Millimeter, Plus 25 sind 65, Die habe ich hier teilweise nicht, Gerade hier unten, wo die Kabel laufen, Da habe ich 55, Ne, auch wenn die Kabel jetzt nicht wären, Wird es ganz knapp, Weil auch da müsste ich das hier auch noch aus, Ne, das gefällt mir nicht, Das ist, Ja, das ist aber jetzt schade, ne, Das hatte ich mir so schön vorgestellt, Also, Da müsst ihr also aufpassen, Dass ihr ein 30er Radi habt, Mit Lüfter, Die habe ich auch noch hier liegen, Ja, die schöne Bequiet, Die Pure Loop 2, Ne, Da müsste ich nur die Lüfter tauschen, Dass die Kabel auf der Seite sind, Auf der anderen Seite sind, Aber die würde natürlich hier, Da habe ich mal, Ja, das passt, Das passt wunderbar, Die kann ich auch ein bisschen tiefer setzen, Oder ein bisschen höher setzen, So hoch wie möglich, Ja, das würde passen, Mal gucken, Ja, das kriege ich gedrückt, Das ist ein bisschen, Ja, Ja, Lüfter läuft frei, Ja, Schade, Ach, Das ist aber jetzt echt, Ja, nützt nichts, meine Freunde, Ich muss hier jetzt die, Äh, Die 240er reinmachen, Ich muss dazu sagen, Die hatte ich schon auf den 3950 X Und die hat da auch ihre Arbeit Absolut Gut gemacht, Ne, So, Ich will hoffen, Dass sie den auch gekühlt, Aber normalerweise schon, Krieg die den auch gekühlt, So, Und was die ist hier, Muss ich wirklich mal, Also wirklich, Ich glaube, Ich habe es schon mal gesagt, Absolut leise, Absolut fast unhörbar, Ja, Und ich habe nichts runter geregelt, An der Pumpe, Also die läuft ja ganz normal auf PWM, Das ist jetzt alles PWM gesteuert, Und auch die Pumpe, Und da muss ich wirklich sagen, Also einfach nur top, Ja, Dann können wir sowas auch schon mal erfahren, Jetzt, Ne, Die Erfahrungswerte sind, Also wirklich top, Also auf die CPU da, Wirklich, Und hier werden wir uns jetzt auch nochmal sehen, Ja, Dann muss ich die Enermax irgendwann mal, Wieder in einem größeren Gehäuse, Vielleicht unterbringen, So, Bei Mini-ITX-Gehäusen ist es ja manchmal noch schwieriger, Da was unterzubringen, Da müsst ihr am besten irgendwie einen flachen, Und dann, Wenn ihr dann so eine starke CPU habt, Fast, Ja, Das ist dann natürlich schwer, Die runter zu kühlen, In so einem kleinen Gehäuse, Ja, Das müsst ihr euch gut überlegen, Für so einen normalen Office-PC, Ach, Einmal frei, Da reicht so ein Mini-ITX-Gehäuse, Ja, Jetzt haben wir das hier, Jetzt brauche ich hier aber, Das Zubehör, Jetzt muss ich mal gucken, Alles hingelegt, Ja, Sonst habe ich nachher die Schrauben, Da vertaue ich nachher die Schrauben, So, Da haben wir den Beutel, So, Jetzt gucken wir mal, Wie wir das hier, Am besten angeschlossen kriegen, Dann auch, So wäre besser, Ja, Genau, Machen wir es so drauf, Sind die Schläuche schön aus dem Weg, So, Jetzt müssen wir natürlich gucken, Ja, Ich glaube, Da lege ich mir das jetzt hin, Also, Ich montiere die jetzt auf, Das heißt, Geht ganz einfach, Zwei Brackets drauf gemacht, Dann sind hier schon die Schrauben dran, Also, Das geht wirklich bei Big White, Einfach, Habe ich auch, Glaube ich schon mal gezeigt, In einem Video, Die mache ich jetzt noch drauf, Ich gucke mal gerade, Ja, Lüfter laufen auch, Ja, Die hängt so, Finde ich ganz gut, Wenn ich sie jetzt tiefer mache, Dann habe ich hier oben, Diesen Pumpenblock, Direkt hier hängen, Will ich nicht, Äh, Ja, Ne, So eigentlich schon da oben, Irgendwie hängen, Genau, Hier unten kommt nachher, Noch ein Lüfter drauf, Das geht, Hinten noch ein Lüfter dran, Ja, Genau, Also, Ich mache das jetzt mal fest, Mit dem Bracket, Ihr wisst ja, Wärmeleitpaste, Wie ich sie auftrage, Und, 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 Alles schön sauber machen, Auch hier, Ihr seht, Ne, Da kann ich nochmal drüber, Da bin ich so mit dem Finger wahrscheinlich nochmal, Da ist nochmal ein bisschen fett, Alles schön sauber machen, Und dann aufsetzen, Dafür lege ich es aber hin, Ne, Dann seht ihr, Ich müsste jetzt die Kamera dann wieder umsetzen, Aber ich bin der Meinung, Das geht, Ne, Also, Ich setze die kurz drauf, Und dann gucken wir dann mal, Dann geht es ja dann weiter, Dann wird es ja, Interessanter, So, Meine Freunde, Bis gleich, So, Meine Freunde, Ihr seht, Es hat sich schon wieder was getan, Ich habe jetzt hier noch einen Lüfter drauf gesetzt, Dann habe ich, Die ist zwar dann jetzt die Schrift verkehrt rum, Wenn ich es glaube ich so hinstelle, Wie ich haben will, Aber, Mir gefiel das sonst nicht mit den Schläustchen, So gefällt mir das, Bocht bleibt schön frei hier, Ja, Darum habe ich es so gemacht, Das kann jeder wieder auch wieder machen, Wie er möchte, So, Jetzt muss ich nur gucken, Die Kabel kann man liegen lassen, Das haben wir auch, Achso, Jetzt kommt hier hinten noch das, Bracket, Na, Mal gucken, Ich hier hinten noch einen Lüfter drauf setze, Da bin ich schon dran, Hier auch, Hier auch, Oh, Das ist ja, Das ging ja ganz gut hier, Nein, Das ist auch zu wichtig, So, Jetzt können wir schon mal die Rückmeldung, Aufsitzen, So, Guck mal, Ah, Das passt ja wunderbar hier, Schon fast, Ups, Eigentlich könnten sogar zwei passen, Aber ich glaube, Das passt nicht, Weil ja eigentlich nur ein Bracket, Ja, Ja, Einer reicht aber, So, Ein ausschalten kann nur, Das ist alles gut, Das ist auch alles gut, Ja, Hätte ich gar nicht gebraucht jetzt, Ist ja auch immer so eine Sache, Dann machst du sie rein, Und dann brauchst du sie nicht, Ja, die SATA und die Molex, Habe ich jetzt gar nicht gebraucht, Okay, Da kann man alles schön nach vorne, Das ist okay, Ja, Eine Kabel kann liegen bleiben, So, Meine Freunde, Sehr schön, Von der Anamax, Nicht darüber, Das brauche ich nicht, Jetzt müssen wir es auf die Seite legen, Oder auf den Rücken kann man es legen, So, Und jetzt müssen wir mal gucken, Wie das hier funktioniert, Mit dem zweiten Deckel, Runter kippen, Sagt was, So, Also, Wie gesagt, Die Äste müssen ab, Der Staubfilter kommt wieder, So, Und jetzt muss ich es auch ab, Die Äste müssen ja auch ab, Und dann kann ich das aber auch ab, Und dann kann man das auch ab, So, So, So machen wir das, So, Ein gutes Stück, So, 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 das ist dann praktisch hier der zweite deckel jetzt das ist doch mal das sieht doch jetzt mal ganz heiß aus und jetzt bin ich mal gespannt wie das hier an diesen Füßen funktioniert einmal zweimal so der Fuß jetzt mal gucken so jetzt so ein bisschen reinschieben hier so einfach ein bisschen drücken damit die unten einrasten so das ganze ja geht's oh jetzt kriegst du nicht geschoben ich verfüsste ich schiebe es euch mal dahin also das ganze kommt so zu stehen also ich könnte jetzt noch mal runter ist aber auch schwer ist aber jetzt ja jetzt und das hält das hält wunderbar wunderbar das gefällt mir ei 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 ist das schön ja das gefällt super schön sehr schön sogar das ist mal was anderes hast du hier direkt die Anschlüsse das ist mal junge junge schön sehr schön perfekt ja ich muss es euch gleich mal zeigen ich dreh es gleich mal rum ich versuche es mal ob ich es rumgedreht kriege vor allem müssen wir noch ein bisschen was hier dran bauen so wartet ich glaube natürlich eh erst machen wollen jetzt machen wir hier die erste seitenwand an zack auch fertig die seitenwand auch zack ich muss mal gucken ist von innen auch Folie ja ein bisschen also das ding steht auf jeden fall bombenfest ja das kann man schon mal sagen ich mache jetzt hier noch ein paar gleiter drunter damit ich das besser zeigen kann mal drehen kann vielleicht lasse ich es auch drauf passen wenigstens hier noch hier drauf so sehr gut alles fest das ist dann die rückseite hier kommen nachher dann die Kabel durch usb und so weiter und so weiter genau das ist der boden hier kommen sie raus da kommen alle raus die Kabel nachher genau hier haben wir nämlich Frontanschlüsse sehr schön mal was ganz anderes das ist ein hingucker das ist ein echter hingucker ja und wenn ihr sagt der grün gefällt mir gar nicht ich will das ich wachs weiß egal was ihr nehmt das ist ja nun euch überlassen aber ansonsten finde ich es mega so mal stehen zu haben ein bisschen RGB ja hätte jetzt mit der 360er vielleicht ein bisschen besser ausgesehen aber wie gesagt jetzt wisst ihr bescheid also maximal 30 mm darf der Raddi sein und die Lüfter 25 dann passt das alles dann habt ihr da ihr seht keine Schwierigkeiten ja und so Winkelstecker ich weiß nicht wie die gewinkelt sein müssten dass es dann doch passt so aber ansonsten mega ich bin gespannt wenn es läuft ja ja wie gesagt ich werde es dann nach oben befördern und dann gucken wir uns das oben an also kommt sehr gut weil meins ich möchte ja rechts stehen ich komme dann sehr gut hier an die ganzen Anschlüsse dran also wunderschön ich muss gucken dass es von den Kabeln her passt die ich liegen habe müsste aber eigentlich auch alles passen aber das ist mal ja meine Freunde geht weiter ich werde es nach oben und da gucken wir ob auch alles läuft ja meine Freunde da seht ihr jetzt den tollen Rechner also das Gehäuse ist unheimlich schön also ich kann es nicht anders sagen jeder der bis jetzt hier reingekommen ist auch meine Tochter die sagen wir sitzen jetzt so gerne hier am PC vor allen Dingen habe ich auch hier meine Arbeitsplatte ja die habe ich auch nicht neu gekauft sondern einfach neu bespannt muss ich sagen ja weil der Nachbar kam auf die Idee pvc zu nehmen jetzt ist pvc natürlich sehr dick ne und dann habe ich dann eben ich weiß gar nicht mehr welchem Geschäft das war habe ich so Tischdecken gesehen auf der Rolle ja und die habe ich jetzt mit doppelseitigem Taser auf diese Platte gemacht das ist nur mal so nebenbei erwähnt ne und das sieht so gut aus vorher war das ja schwarz kennen viele ne dann sah man auch die geteilte Platte waren ja zwei Stück ne die waren glaube ich die sind vom Ikea ne da kriegt man auch ja kaum was am halten aber mit dieser doppelseitigen Taser und dieser hier abwaschbaren wunderbar wunderbar geworden ich kann euch das gerne mal ein bisschen so zeigen ja also der Arbeitsplatz ist so schön geworden mittlerweile die Platte ja also das ist richtig aber ich manche sagen jetzt ah wie sieht das denn aus hässlich und ja ich kenne ja ich weiß schon die Kommentare von vielen glaube ich ja aber wichtig ist es geht sich um das Gehäuse und das ist mega 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 wenn es so liegt ich finde es toll du kommst an die Anschlüsse dran an die USB am Powerknopf und so weiter die Kabel sind unheimlich schön durchzuführen das heißt es ist auch sauber aufgeräumt ich hatte mir ja vorher da so eine Schiene hingemacht ja muss man alles nicht also wirklich richtig gut geworden ja da seht ihr natürlich auch noch mal den Monitor auch absolut ein Schmuckstück muss ich dazu sagen schaut mal unter meinen Videos den habe ich das letzt auch erst vorgestellt ja aber das ganze drum und dran ist richtig schön und das Gehäuse wie gesagt ich habe sogar hier die Balkontüre kaputt da war unten dieses Band gerissen da kamen dann die Monteure und die haben auch gesagt was ist das? ich sage ein PC ja die waren auch absolut begeistert die haben gesagt das ist wirklich mal was anderes wie immer so eine viereckige Kiste wie gesagt Geschmackssache kann man drüber streiten eine kann schreiben nee gefällt mir nicht ist alles gut was ich nicht mehr lesen möchte da hatte dann einer geschrieben bei der Vorstellung von dem Gehäuse das wäre der letzte Dreck also ich habe ihm Dreck auch drunter geschrieben will ich hier nicht haben sollte es nochmal vorkommen habe ich kein Problem damit dann kann er sich verabschieden also ich mag solche Leute nicht ja man kann seine Meinung sagen aber in einem ganz vernünftigen Ton und sachlich und weiß ich aber Dreck Dreck liegt auf der Straße oder liegt im Garten oder weiß ich wo Dreck liegt also das macht man nicht also das nochmal zu demjenigen der es geschrieben hat also vernünftig akzeptiere ich wenn einer sagt nee gefällt mir nicht das ist Geschmackssache ja wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten ja dann hätten wir alle eine Frau und nicht ja also Geschmäcker sind verschieden darum ich finde es toll das Einzige was mich so ein bisschen gestört hat aber das war eben dann der Dicke geschuldet dass die IO nicht reingepasst hat das habt ihr ja gesehen die hätte ich gerne reingehabt ich hatte mir auch nochmal so Winkel bestellt auch damit funktioniert es leider nicht ja sonst hätte ich das vielleicht noch nachgetragen aber ich finde erstens auch von der Temperatur die Pool Loop 2 schafft das gut ja das ist ja der 7800 wisst ihr ja X3D und ich habe bei Volllast wenn ich Cinebench durchlaufen lasse 80 Grad und 80 Grad finde ich absolut in Ordnung viele sagen ja viel zu heiß ach das ist doch Blödsinn Tempel die kann bis 100 bis 110 Grad die CPU bevor sie abschaltet das sind 80 Grad und ich wann hat man denn 100% Belastung ist ja nur im Cinebench im Spiel selber oder wenn ich da kommen wir gar nicht auf die Temperaturen ja also darum auch das ist toll das heißt die löst also auch dieses Problem da muss man nicht unbedingt eine 420er oder weiß ich was für eine riesen Kühlung haben die reicht der Airfloor ist klasse in dem Gehäuse und die Farbe gefällt mir das ist wichtig sonst hätte ich es mir ja nicht geholt also die Farbe gefällt mir und eben der Fuß dazu und dass das so schräg steht man hat jetzt nicht mehr so einen blöden Fuß oder hinten so einen Deckel also die Kabel sind schön versteckt ich glaube ihr seht es aber auch und meine Freunde ich kann nur sagen mega 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 Thermatik beide Daumen hoch lecker in die machen Freunde also wie gesagt wichtig ist eben nur bei dem Gehäuse passt nur Micro ATX aber es gibt die Gehäuse ja auch etwas größer für ATX ja das ist natürlich dann wieder größer ich wollte es nicht zu groß haben ich hatte früher auch mal ich glaube gar nicht mehr wie das hieß X9 oder wie das glaube ich hieß das war ein riesen Gehäuse von Thermatik das war ganz am Anfang meiner Videozeit ja dann nochmal gucken da habe ich dann Wasserkühlung gemacht und 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 ja das war aber auch ein riesen Gehäuse und das hier das geht so gerade größer hätte es nicht sein dürfen und das Wort alles läuft ihr seht ja selber hier nebenan der Monitor also alles läuft flüssig alles läuft schnell da brauche ich also ich muss mich nicht beschweren für irgendwas der ganze Rechner läuft absolut mega toll ja und ich bin meine Freunde mehr kann ich euch nicht sagen wenn ihr Fragen habt bitte immer in die Kommentare ich antworte immer relativ zügig ja wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt könnt ihr die auch gerne stellen und wenn es euch gefallen hat lasst mir einen Daumen da lasst mir vor allen Dingen ein Abo da da verpasst ihr dann die nächsten Videos nicht ist auch ganz wichtig es geht immer weiter ja nur es ist immer so bedingt ja was ich im Moment alles so erlebe aber wie gesagt da werde ich euch ja auch nochmal so ein bisschen wahrscheinlich mal ein extra Video machen was mir alles widerfahren ist und 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 aber will ich jetzt gar nicht drüber klagen und machen ja jetzt geht es sich um das Gehäuse Thermatec und ihr seht auch mit den bunten Lüftern absolut mega wie gesagt Airfloor zwei große 140er pusten die Luft rein ja oben die IO zieht raus und auch unten der zieht nochmal raus also das ist reichlich an Airfloor verhandeln also meine Freunde und was sage ich immer ganz zum Schluss genau ihr wisst es glaube ich ne genau macht es gut ja bleibt gesund ganz ganz wichtig meine Freunde und tschüss zusammen